Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen in einem neuen Video, das ist sofort auf den Eidys, Peyton! Viel Spaß! Das war ja schon fast pervers! Was? Oh, okay, da geht man noch! Was sucht... Wie spricht man an? Was sind deine Pronouns? Ich möchte gerne sagen! Ich möchte... Ich würde nichts falsch sagen! Nein, Chat, ich denke mal nicht... Das ist... Das ist... Egal! Schon fast... Was? Oh, okay, da geht man noch nichts... Der hat sich aus wie so ein Biker-Fiesling aus einer College-Serie. Oh, wie ein Pferd, ich heule! Herzlich willkommen zu einem neuen Video! Alter, hat sogar genau so einen Style! Er ist so ein Fiesling, der einen so umdreht und sein Essen skillet will. Heute bin ich hier mit... Felten! Und wir sortieren sieben Tinder... Warte mal, warum ist... Bios zu sieben verschiedenen... Wo ist der Imposter? Jeder weiß das! Okay, fangen wir an mit der ersten Bio! Okay, ja! Das Leben ist ein Geben und Nehmen, du nimmst mich und ich gib's dir! Ich sag, es ist... Dingsbums... Imposter! Wenn du das in der Tinnebier sehen würdest, würdest du sagen Yes oder No? Nee! Ähm... Ich hätt's nicht bei ihm gegeben, weil der so grinst vielleicht! Aha! Weißt du was ich meine? Du grinst so! Er hat auch noch so gegrinst! Aha! Das war schon sehr lustig! Ja, schlecht... Ja doch, es ist schlecht, aber... Irgendwie sehr heilsam! Irgendwie sehr schlecht, also... Zu manchen passt es auch! Oder bei ihr! Sie ist halt auch direkt, ne? Ah, okay! Ja! Ja, ja, okay! Sie ist... Sie liebes direkt zu sein! Weißt du? Sie ist super direkt und sie denkt so, hm, dann gib's dir! Das ist ja ein Dominant, ne? Ja, dann gib ihr das mal! Ja? Lockst du ein? Darf ich nochmal switchen am Ende? Ja! Wie oft ist sie überhaupt dort? Bei den Videos? Reicht doch! Auf Plattform! Am Ende darfst du zweimal switchen! Nur zweimal? Mhm! Ja, okay, dann gib ihr das trotzdem mal! Okay! Tinder Bio Nummer zwei! Ja! Let's go for a late night drive! Sing some 70s and 80s songs out loud! Stop at McDonalds! Grab a McFlurry! Some fries! And have some deep conversations! Oh mein Gott! Alter, was ist das für ein Spirit Animal, Alter! Ich glaub, er ist es! Oder die sind alle zu jung dafür, für 70s! Der ist es! Da muss es sein! Der oder der! Der Mann muss alt sein! Wer hier? Gott! Da hat sich jemand auf jeden Fall Gedanken gemacht! Bisschen lang, aber ja! Kannst du den Emoji erkennen? Den trau ich, also ihm auf keinen Fall! Er ist viel zu fresh dafür! Den trau ich das auch nicht zu! Ihm auch nicht! Das ist der hier! Ist der braun oder? Ja, braunhaarig! Braunhaarig! Der eigentlich auch nicht! Braunhaarig? Ich würde ihn trotzdem nehmen! Der hat sich auf jeden Fall Gedanken! Ihm würde ich das ein bisschen zutrauen sogar, Chat! Bisschen! Ungemacht bei einem Date! Findest du das gut oder nicht? Ja doch! Ha ha ha! Kannst du ein paar Fragen stellen! Ich hab gesagt, die zwei sind... Er hat Elevator an! Blei! So unbeeindruckt aus! Also ich glaube, von dem zwei kann das nicht sein! Von ihm nicht? Nee! Mhm! Magst du McDonalds? Nein! Magst du McDonalds? Ja! Was isst du bei McDonalds? Muggets! Honey! Ja! Und bei euch so? Gut so! Guter Einsatz! Der ist so nervös wegen Bacon! Alles gut, alles gut! Gar nicht! Veggie! Und du? Magst du McDonalds? Er sieht aus wie Veganer! Ja! Aber wie Dings! In 1790s! Das hätte dann dazu gepasst, sagte ich! Wenn es sein muss! Er ist Veggie! Aber McFlurry und Fries sind ja auch Veggie! Könnte auch sein! Schon wieder so schwierig! Geben wir es mal ihm! Was isst du denn bei McDonalds? Nuggets! Nuggets! Geben wir es trotzdem mal ihm! Weil er ist der Einzige, der gesagt hätte, er mag McDonalds! Okay! Hast du ein Auto? Mhm! Ist ja geschminkt! Ja! Okay! Wird auch passen! Ist ja Rouge drauf, oder? Okay! Ist ja Rouge auf den Wangen? Was ist das? Oder ist es? Oder ist es? Ja! Okay! Wird auch passen! Willst du mit mir gehen? Kreuzer an! Ja! Nein! Vielleicht! Wenn du Spaß verstehst, werden wir uns auch verstehen! Süß! Ja! Klassische schlechte Bio einfach! Ähm! Das könnte von jedem kommen! Ich glaub nicht, dass er so mit der Tür ins Haus platzt! Er muss Riz haben, weil er hat Elevate an! Lächelt sehr geteacht von uns! Thomas, danke für drei! Wird's mit mir gehen! Also McDonalds geb ich immer noch ihm! Ich trau Wird's mit mir geben! Ihm zu! Und dem hinter ihr! Also jetzt mal eine ernsthafte Frage! Schreibt man sowas? Oh nein! Ich sag... Er! Oder er ja doch! Wirklich bei Tinder rein! Junge, du hast kein Game! Deine Mom sagt es an! Ich hab noch nie Tinder! Frag die doch! Das ist es! Es sieht doch so aus, als würde der hier im Auto sitzen, finde ich! Hört sich irgendwie nach einer Hintertür aus oder bin ich gerade doof! Das ist aber so ein bisschen Schulzeit, oder? Willst du mit mir gehen? Ja, nein vielleicht! Irgendwie habe ich das Gefühl, es könnte zu dir passen! Echt? Warum? Ich bin jetzt vom Bild eher ausgegangen! Du siehst auf dem Bild so einen Reifen! Du passt zu einem Reifen! Hast du das früher gemacht in der Schule? So kleine Zettelchen geschrieben? Ja, nein vielleicht? Hast du das gemacht? Nö, dann ist es immer ausgeartet in Riesentexten! Ah! Bist du so ein Philosoph? Ein Lyriker, sag ich mal! Findest du nicht, dass ein Lyriker dann so ein bisschen was Lyrischeres hinschreiben würde? Nee, dann passt das doch nicht! Was ist mit euch zwei? Fahrt ihr gerne Auto? Interessiert ihr euch für Autos? Ja, schon! Was ist mit euch? Ja! Du? Was ist, wenn man vielleicht sagen würde? Wenn du Spaß verstehst, werden wir uns auch verstehen! Er könnte so ein lustiger sein, glaube ich! Erzähl mal einen Witz! Ich kenn keine Witze! Ich bin total lustig! Ach, scheiße! Schlimmste, was es gibt! Schlimmste, was es gibt! Erzähl mal einen Witz! Ich könnte dir nicht erzählen! Es kann auch sein, dass die uns verarschen wollen, ne? Ach so! Ist keiner von euch einen Witz? Nee, hier aus dem Stegereich! Du? Boah, ich hab keinen! Aber wer würdest du denken, wer ist so der Lustigste? Oder Witze hat man bis 14 und sind auch nur bis 14 lustig! Dann benutzt man keine Witze mehr! Hier! Obwohl, ist das wirklich ein Zeichen für Lustigkeit? Nee, eigentlich nicht! So eine Bio! Nee, ich glaub da gibt's lustigere Sprüche eigentlich! Weißt du, was ich mein? Ja, ja, safe! Für wen entscheidest du dich? Ich glaub ich jetzt ihm gegeben! Ihm? Ja, ja! Mhm, auch so ironisch? Ja! Bitteschön! Und ab 45 wieder! Boah, ich freu mich schon, wenn ich wieder Witze kloppen kann, Alter! Und die so meinen Kindern erzählen können und die lachen dann! Wir versuchen's mal! Dann! Nächste Tinder-Bio! Ich kann fließend französisch, deshalb One Night in Paris wie Reezy! Okay, okay, okay! Das könnte er sein! Er könnte es sein! Ihn hab ich schon weggegeben! Ihn hab ich das grad eben gegeben! Nein! Reezy? Sieht irgendwie nicht super! Im Moshpit bei Reezy, wen würd ich am ehesten sehen? Ich glaub ihn! Ich glaub das ist unser Mann! Linke! Ich glaub unser Elevate-Mann ist es! Ihn würd ich in Reezy-Moshpit sehen! Oder ihn auch! Einen von den beiden! Siehe! Okay, wer von euch hört gern Reezy? Fangen wir mal damit an! Alle! Eigentlich alle! Der hat den Kopf geschüttelt! Also ihr hört alle gern Reezy! Aha! Wer von euch geht gern nach Paris? Ja! Wie stehst du zu One Night Stands? Für mich? Ach so wegen One Night in Paris? Also auf jeden Fall schon gehabt! Ja, keine Ahnung! Welchen Song hörst du bei einem One Night Stand? Welchen Song? Ja, meine eigene! Ach du hast Musik! Ja! Wenn er Musik macht, dann wird er wahrscheinlich eher seine eigenen Songs oder so in der Bio machen! Und du? Eher nicht! Okay! Okay! Tschüss! Warum kann man so doll befragen? Irgendwie geschätzt, es wird trotzdem ein bisschen zu dir passen! Mhm! Hat sich Gedanken gemacht! Ja! Würde ich jetzt catchen? Ich will noch ein bisschen lustig sein! Nee! Aber vielleicht irgendjemand anders! Viel Glück damit! Körperbau wie Zac Efron bei Baywatch! What? Ja! Der guckt so, als ob er unauffällig gucken will! Also ich hätte gesagt, am ehesten nach Zac Efron sieht er aus! Ja! Aber ich trau ihm nicht zu, dass er sowas schreibt! Doch! Kann auch sein! Boah! Traust du es ihm zu? Der hat halt keine Ähnlichkeit mit Zac Efron! Weißt du was? Der sieht genauso aus, als ob er Zac Efron sein will! Nein! Aber Körper war schon... Nee! Ist Zac Efron nicht auch voll klein? Sonst würde ich eben ja! Nein! War der nicht! Ja, kann auch sein! Ja, dann wird der am ehesten passen! Aber ich hätte nicht gesagt, dass er das schreiben würde! Nee! Ich glaube auch er, es kommt auch von ihm! Von ihm, er verziert so gar keine Mimik! Also ich glaube er ist so... Nee! Zu ihm passt das auch gar nicht! Passt nicht! Okay! Aber zu ihm! Ja, ich sehe aus wie Zac Efron! Hm! Von der Kultur vielleicht ja? Nehmen wir bei ihm mal! Okay! Okay! Nächster Tipp! Seine Haare cool, bei der Wei! Love you! Schick mir einen Dick-Pick und du bekommst eins zurück! Zeig mal das Bild! Okay, aber das Bild... Ah! Aber sie hat schon was! Funny! Von dem Bild her... Sie hat einen Dick? Das ist kein Girl? Damn! I thought she was an independent pretty woman! Das muss sie sein! Das wäre ja absurd! Das wäre ja... Grund! Aber ich wusste nicht, dass sie hängen hat! Man, natürlich weiß ich das, Chat! Die ist in jeder Scheiß-Folge drin! Aber wieso? Ich wusste nicht bis jetzt eben, dass sie was hängen hat! Das ist doch halt dieser Bananen-Imo! Der hat Bubis, aber was hängt? Das war ja schon fast pervers! Darf ich das jetzt schon tauschen? Bitte! Okay! Sicher! Ja! Das nehme ich dir weg! Okay! Und dann müssen wir überlegen, wo das denn kommt! Das Leben ist ein Geben und ein Nehmen! Du nimmst mich und ich gib's dir! Was? Das Leben ist ein Geben und ein Nehmen! Du nimmst mich und ich gib's dir! Er nicht! Es muss von einem Confident Pferd... Es muss von ihm kommen! Ihm oder ihm! Aber ich würde eher ihm geben! Das Leben ist ein Geben und ein Nehmen! Die beiden kriegen's nicht hin! Das hinzuschreiben und drin zu lassen für eine Woche, weil die Angst haben! Hm... Der muss dahinter stehen! Ihm täuscht es auch nicht zuerst! Nobody! Danke für die 17! So gut zu ihr passen! Damn! Hä? Aber er hat mich gerade so angegrinst! Er hat mich gerade angegrinst! Er war so richtig so... Was? Der lockere Harami oder was? Auf dem da? Okay, ja okay! Die letzte! 1,82! Heterosexuell! Wohnt in Köln! Ausdauer wie ein Pferd! Auf dem Bild sieht er aus wie der Linke! Was? Dein Gottes Bild! Okay, da gibt mir noch nichts! Ausdauer wie ein Pferd! Ich weile! Okay, jetzt müssen wir... Das ist cool! Das ist lustig! Der zweite kann es nicht sein! 1,82! Alles ist der Linke! Alles ist der Linke! Wir fangen mal mit 1,82 an! Wie groß bist du? 1,76! Erst kleiner, gleich groß! Nein, du bist größer! Das passt auch nicht! Stell ich mal hier hin! Nein! Hä? Also ich hätte gesagt, es hätte zu ihm gepasst, weil er ist ein bisschen größer als du, aber er ist größer als... du bist größer als 1,82, oder? Aber der Spruch wird zu ihm packen... Oh, ich glaube, das ist er! Darf ich schon wegnehmen? 1,82, Alter! Das ist traurig! Entschuldigung! Du kannst noch fragen, wie groß bist du? Ja, sag! Ich bin 1,95. Ah, guck! Wenn er 1,95 ist... Du weißt niemand, 1,95! Yes, I wish! Ich bin so 1,76! Doch, 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 das kommt hin! Also du brauchst jemanden, der so fünf Zentimeter größer ist als ich! Dann nehme ich ihn! Wer steht der hier? Hä? Wie komisch stehst du? Ihn? Ja! Er ist der Größte von allen, oder? Ausdauer wie ein Pferd! Okay! Hast du mir... Was? Nein! Unser LV3 hat das nicht! Okay, bist du happy? Guck dir das noch mal alles an! Passt das? Also da bin ich mir sicher! Das lassen wir auch so! Du kommst ein bisschen schüchterner rüber als der Spruch irgendwie! Ja, man muss voll confident sein für manche Sprüche! Versteht, Leben ist ein Geben und Nehmen! Weißt du was ich meine? Das ist ein bisschen zu eklig! Ja, aber das ist auch ein subtle Spruch! Der ist auch nicht so super in your face! Loggen wir ein? Man könnte auch die zwei vielleicht tauschen! Ja, ist der Kaffeln! Oder? Oder denkst du nicht? Wollen wir einfach so einloggen mal? Ja! Okay, dann kommen wir nach vorne! Zeige auf, wenn du falsche Bier hattest! Boah, alles falsch! Oh Gott, ich hab voll viele Blätter gehört! Oh nein! Okay, du kannst jetzt noch zweimal tauschen! Tauschen wir zusammen? Hilfen wir? Ja, ich helfe dir! Aber ich hab ja auch anders! Okay! Also hinter mir hat irgendein Geräusch gemacht! Also hier muss irgendwas nicht stimmen! Ja! Ich kann mir vorstellen, dass die beiden falsch sind! Die zwei! Ja! Wollen wir die zwei tauschen? Ja, das machen! Oder? Ja, dann tauscht ihr zweimal! Okay, ihr beide tauscht! Aber das mit Zac Efron! Okay, wartet mal! Wer von euch macht Sport? Du machst ihr! Das ist okay! Alle! Ja! Sonst hätte ich jetzt gesagt, wegen Zac Efron! Sport! Du machst ihr! Ja! 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 Ich hab damit gesagt, Zac Efron, er wird halt doch echt gut passen! Ja! Er gibt mir Zac Efron-Vibes! Ja! Er sieht auch aus ein bisschen wie Zac Efron! Aber wie früher! Ja! Okay! Was hat er da stehen? Das ist das mit dem MacDonald! Okay! Das könnt' ich mir aber auch bei ihm vorstellen! Hm! Ich kann fiesen... Wer hört 70's, 80's und 90's? Ich würd's... Ich... Also ihn sowieso! Ihm könnte ich das auch ein bisschen vor... Weil er... Gibt so ein bisschen diese Rockstar-Fiesling-Achziger-Serien! College-Vibes. Und die fahren immer mit so einem Mustang-Cabrio und hören dann so, Born in the USA. Französisch. Wer kann Französisch? Sag mal was auf Französisch. Bonjour, je m'appelle Fabien. Das passt, ja. Kann doch irgendjemand aus Französisch sagen? Kann jemand Französisch? Wer spricht hier Französisch? Sag mal was. Ja, das klang, das klang mit deutlich professioneller. Bitteschön. Das Leben ist ein Geben und Nehmen. Du nimmst mich und ich gib's dir. Das passt. Nein. Nehmen wir es schon. Okay. Gehst du happy mit deiner Ausbeute? Ich weiß nicht, ob das passt. Was könnte das, also zu wem könnte das hier noch sein? Da bist du noch nicht happy mit. Irgendwie nicht. Er sieht nicht so aus, als ob er sowas da hinschreibt. Was steht bei dir noch mit? Du bist immer noch sehr geförd. Das passt dazu, aber das passt nicht zu ihm. Sollen wir einfach tauschen auf RISKY? Ja. Dann nochmal nach vorne. Dann einmal alle. Aufzeigen, wer jetzt falsch ist. Und auflassen. Und dann dürft ihr euch jetzt umbrennen. Oh nein. Das sind alle falsch, außer sie. Scheiße. Wir fangen jetzt hier einfach an. Gib uns einen Tipp. Ja, du liest jetzt lüri. Kein Meisterwerk, obwohl ich lüriker bin. Ist ein Rechtstreibfehler dabei. Rechtstreibfehler? Oh Gott, ich bin so schlecht mit Rechtstreibfehlern korrigieren. Das geben. Hehehe. Wohlschön. Ist das deins? Okay, von wem ist uns das? Das ist immer noch unser McDonald. Okay, wer ist das mit dem Late Night Drive? Wer mag alles McFlurry? Ja. Yes. Wer mag alles Pommes? Oh. Dann. Achso. Du? Ja, ist meins. Yes. Wusste ich. Direkt der Erste. Getroffen. Der. Was ist als nächstes? Reezy. Er sieht aus. Reezy? Einer von den beiden. Du hast hier so ein typischer Reezy-Hörer. Ist das deins? 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 Elevate Moshpits. Ich hab's euch gesagt. Okay, jetzt haben wir hier 1,82. Er ist jetzt 1,82. Du bist eh nicht er. 1,82? Warte, was war die Frage? 1,82? Keine Ahnung war's. Ich glaube, er war das. 1,82 mit Ausdauer? Wie ein Dings? Ich glaube, das ist er. Zac Efron ist er. 2,82 auf Tinder. Auf Tinder nicht, nee. 2,82 auf Tinder. Ja. Die Ausdauer wie ein Pferd. Ich hab jetzt gemessen. Bitteschön. Körperbau wie Zac Efron mit... Er. Baywatch. Wißt das du? Nein. Dann bist du Zac Efron. Bruder, ich bin der Beste! Okay, bitteschön. Dankeschön. Und du willst das mit dem Auto. Okay. Wir waren schlecht. Wir waren echt schlecht. W's. W's in der fucking Chat. Mann. Ach, egal. Nichtsmal weißer, wir besser. Nächsten Video war mir richtig. Digga, ich hab richtig abgesahnt. Alter, wie gut. Ja, ich kann halt so Menschen gut einschätzen. Man muss hinter den Sachen stehen. Manche Sachen passen zu dem, manche zu dem. Ich kann mich hineinversetzen. Ich bin der, die Spezialist. Das war mit dem Video. Ich hab ein Like, Deinfo, und Allo, und dann. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns in der 999. 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 Wir sehen uns in der 999.